So, nun werden wir einen kleinen Depositik durch die Produktionsgefühle des aufkommenden Arselektronika Festivals machen. Beginnen werden wir mit dem Create Your World Camp an der schönen blauen Donau direkt neben dem Arselektronika Center, das sich heute in sehr, sehr raschen Schritten bei brütender Hitze fast selbst aufgebaut hat. Hier sieht man schon, dass was gestern eigentlich noch Idylle und Länder gewesen ist, ist heute schon eigentlich die verfleischlichte Vorahnung dessen, was bei Create Your World sich da abspielen wird. Also man sieht hier einfach ein 35 Meter langes Zelt oder vorweg, dass die Straße gesperrt ist, das Areal mehr oder weniger schon erobert ist und jetzt aber zu unserem eigenen gemacht wird. 35 Meter ist dieses Zelt lang und fünf Meter breit, wird die zukünftige Behausung von U19, Create Your World, den Preis gewinnen der Kategorie sein. Einerseits und andererseits auch die Ausstellung zur Next Idea, die auch eine Kategorie des Pre-Arselektronik ist. Dort unten die straffen männlichen Körper, die wir da sehen, das sind jene Jungs, die das Interieur da reinbauen, nämlich ein Auszug des Publabs aus Ottensheim, die Gratschefamilie, unter anderem. Und jetzt das Bedienen der Kappsäge. Da sieht man schon, wie zielstrebig eigentlich das Holz geschnitten wird hier. Da wird nicht irgendwo gebohrt, sondern gleich geschnitten und das in einem Schnitt. So, vielleicht noch beim Abgang nochmal hoch, einen Blick auf das in der Abendsonne liegende Upper Deck. Das ist dann letztlich der Ort, wo dieses eh schon vielfach angekündigte Tesla-Orchester jeden Abend oder beinahe jeden Abend, deren Künste zum Besten geben wird. So, jetzt tauchen wir ein auf die, oder in die Ebene des Create Your World Camps. Ich sehe das jetzt noch aus einer anderen Perspektive. Hier die noch sehr roh wirkenden Bauwegen, die später dann Behausung für sehr bunte, sehr mannigfache Projekte zum Thema Create Your World sein werden. Hier der Import-Export-Container, der eigentlich schon so ist wie Import-Export-Gründer, Gründerinnen in Schuf. Da Doppeldecker-Bus, alter Bus von der Linz AG, oder, ja, von der Linz AG, ja, die Elektrizität, Straße, Bahn, Aktiengesellschaft. Auch Heimat von diversen Projekten. Da die Straße hier, sollte dann eigentlich noch immer frei bleiben, beziehungsweise frei für Planierer, Planiererinnen. Und natürlich auch für die Gastronomie, die dann später sich hier ausbreiten wird. So gastronomische Perlen dieser Stadt, wie das Movimento oder wie der Wirt am Graben, die konsequenterweise mit Ingredienzien und Ressourcen aus der Umgebung, eigentlich aus dem Müllviertel, zu 100 Prozent dann aber aus Oberösterreich agieren. Das ist alles Bio. Die Qualität des Verzehrs, der Nahrung wird eine hohe sein und wird jetzt nicht nur den Kindern hier angepasst, sondern man kann sich dann letztlich hier an einem lauschigen Spätsommerabend niederlassen und dem Treiben frönen oder halt dann am Abend dem Spielen mit der Fassade beiwohnen und das Ganze bei einem gediegenen Essen und bei guten Getränken. Da hinten dieser kleine silberne Waggon aus den 50er Jahren, das wird das Objekt oder jenes Objekt werden, mit dem wir mit der U19 Create Your World auf Tour gehen werden. Das ist so eine Zusammenarbeit zwischen der Lehrwerkstätte von Rotax, teilgesponsert oder mitgesponsert von der Sparkasse Oberösterreich. Die Preisgewinnerinnen, also die goldenen Nika-Gewinnerinnen der U19-Kategorie, die ja ihres Zeichens ein Haufen Kids sind, die von der Kunstgewerbeschule in Linz einerseits und auf der anderen Seite von der HTL Leonding stammen, die werden zusammen mit den anderen, mit dem Gregor, ein Mitarbeiter von uns, dieses Teil umbauen. Also die werden zusammen diesen Wagen umbauen und der Wagen wird dann sozusagen als Metapher zu unserer Haltung zu Create Your World, also die Fragestellung, welchen Raum braucht Jugend zur natürlichen Entfaltung, die werden diesen Waggon dann so umbauen, dass das sozusagen überall so ein Icon für unser Vorhaben sein wird. Das ist Fitsch, der Stabkampfhörer. Seines Zeichens Enfantarribel aller auf der Welt existierenden Skills. Handwerklicher Art, elektronischer Art, zweifärbig. Und wir werden jetzt, Moment, auf die Bezeichnung dieses Verhitzes auch noch zu achten, nämlich Manitou. Wir werden nun diesen Manitou zusammen mit Fits besteigen, um eine Reise in das Camp von Create Your World zu machen. Bitte schön. So, das war ein kleiner Einblick in das, was wir gerade um die Ohren haben, den Miss, den wir sozusagen veranstalten, mit vollem Stolz und voller Freude. Ich hoffe, das Wetter bleibt und sollt. Wir sehen uns wieder beim Festival selbst. Auf der Fahrt hin zum Lentus. Jener Ort, der eine Ausstellung aus Steinbach. Auch zentraler Ort für die lange Konzertnacht und fixer Ort für Sam Auengers Installation. Das wahnsinnig Schöne und Spannende an diesem Ort ist derjenige, jetzt nicht nur für mich, sondern auch der Grund, warum der Sam Auengers Installation dort reingeben möchte, weil er eigentlich so ein Symbol dafür ist, dass der Stadt mehrere Rhythmiken hat, mehrere Bewegungsdynamiken hat. Und hier ist es so, dass man auf der einen Seite die Donau sehen, die als entschleunigtes oder als entschleunigter Transportweg den Schiffsfahrern und Fahrerinnen zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite eben den urbanen Rhythmus. Also einer der starksten und stärksten befahrenen Straßen. Zwischendrin dann eigentlich so dieses Naherholungszentrum für Jung und Alt, die Donauländer. Und das ist insofern also vor dem urbanen Kontext schon ein Ort, wo sie eigentlich verschiedene Rhythmen treffen. Und sehr gekonnt, ausgewählt von Sam Auengers natürlich. Unabhängig davon ist er einfach ein wahnsinnig schöner Ort, architektonisch gesehen und da von den Architekten einfach schon sehr schön erdacht. Da drüben, das Ars Electronica Center, mit dem vorgeilagerten Great Your World Camp, das wir uns eh vorher angesehen haben. Aber so sieht man es als Schiffsreise dann. Beim Festival haben wir dann weniger Gegenlicht natürlich. Das Pendant zum marktplatzähnlichen Schaustellertum bei Create Your World ist das konzentriertere entschleunigtere Brucknerhaus. Die Konzert-Venue, die alle Jahre wieder quasi die Konferenz-Location des Festivals wird, mit ihrer wunderschönen Lage, mit den hoch spezialisierten Räumlichkeiten für konzertante Aufführungen, performative Aufführungen, musische Angelegenheiten, bietet uns Jahr für Jahr eigentlich Behausung für diesen eher konzentrierteren, eher ruhigeren im Sinne von Veranstaltungen Ort. Wild geht es natürlich auf der theoretischen Ebene in den Symphosien zu. Aber den Raum, nur den Raum, den schauen wir uns dann gleich. Hier sind wir jetzt in dem Ort, wo die Interface Cultures ihre studentische Ausstellung macht. Das ist ein Teil vom Campus, der auf der einen Seite im Hauptgebäude der Kunstuniversität am Hauptplatz präsentiert wird, nämlich mit der Cooper University aus Japan. Und von dem anderen Seite eben jährliche Gäste, die Studenten und Studentinnen von der Christa Sommerer und von Laurent Mignon, als auch von Martin Karl von Kroner, die ja quasi einen Medienzweig in der Kunstuniversität bekleiden und bespielen und jedes Jahr sehr erfrischende Querschnitte und Einblicke uns gewähren in deren künstlerische und studentische Arbeit. Das Ganze ist übrigens eigentlich normalerweise das Foyer, also der Garderoberaum des Brucknerhauses, sehr opulent und elegant gestaltet und dieses Jahr geteilt eben Interface Culture auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine von uns kuratierte Kinoscreen-Landschaft, wenn man das so nennen kann. Hier sieht man es schon. Das ist eigentlich ein sehr, man könnte sagen, gewagte Architektur. Nein, das ist ein Umgang eigentlich mit sehr rohen Materialien. Wir wollen da eigentlich diesem Raum nichts aufzwingen, sondern eher spielerisch hier mit den Umgebungen umgehen. Und hier haben wir den Architekten von Anytimes, Jürgen Haller. Ich sehe jetzt wieder Schneider. Genau, der eines heißt und zwar, wenn man mit einem Schneider verwechselt, was man sich als Architekt natürlich, also kann man das gut vorstellen. Das ist einer der zentralen technischen Figuren in dem ganzen Gefüge des Festivals der Michi Lettner. Ja, ist ein bisschen schüchtern, aber wird noch auftauchen. Nochmal kurz zu der Architektur und zu der Idee von dem Ganzen. Wir wollen ja einerseits hier einen Unort für Ausstellungen umtaufen in einen atmosphärisch ausgewogenen Ort des Filmschauens, also des Verweilens auch. Es sind keine Kurzfilme, sondern es geht darum, dass man da schon durchaus einmal eineinhalb Stunden abhängt. Und da muss man natürlich dafür sorgen, dass das Ambiente klimatisch und atmosphärisch dazu passt. Anytime haben das ihre dazu beigetragen, hier mit deren Ideen und Ästhetik hier eine sehr originelle Raumlösung zu finden, wo in Ruhe und auch mit dem nötigen Respekt vor den künstlerischen Arbeiten cinematographische Erlebnisse generiert werden können. So, das Foyer, dieses scheinbar schnöde unter Anführungszeichen Foyer dieses Konzerthauses ist die zentrale Eingangssituation für unsere Besucher und Besucherinnen und wird vom Künstler Kalilar als akustischer Erlebnisraum im engen Zusammenhang mit dem Thema Origin behandelt. Kalilar wird hier in diesen Räumlichkeiten mehr oder weniger versteckt eine sehr mächtige Soundanlage reinbauen, wo es darum geht, dass der Besucher und die Besucherin mit dem akustischen Erlebnis von Feuer, von lodernden Feuer, von kleinen Feuerchen, von Zigaretten anzündenden Feuerchen konfrontiert wird. Und durch die Länge des Weges, die man da gehen muss, wird speziell bei der Feuersbrunst zu beobachten sein, dass die Leute die Eingangsgeschwindigkeit verdoppeln bis verdreifachen. Ich hoffe, dass es für das Publikum oder vor allem für die Mitarbeiterinnen des Bruckner Hauses selbst zu einer erträglichen Situation kommt, weil die würden sozusagen eine Woche lang im Feuer sitzen. Dorthin, wo die Ausstellung Symmetries, nämlich jede Ausstellung, die wir, also wir, das Art Elektroniker-Team oder im Speziellen die künstlerische Leitung der Art Elektroniker, der Gervid Stocker, zum Thema Origin kuratiert hat. Da geht es um eine Gegenüberstellung von Räumlichkeiten, so wie in der Metamission oder in dem Mission Statement der diesjährigen Ars Elektroniker eh schon erwähnt. Nämlich nicht nur, wie müssen Räume der Zukunft aussehen, wo Wissenschaft, Jugend, Kunst, sich die Gesellschaft entwickeln kann, sondern wie schauen denn die Räumlichkeiten jetzt schon aus? Und man wird sehen, wie frappant die Ähnlichkeiten sind zwischen dem Labor des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin, als auch des Studios des Künstlers oder der Künstlerin. Im ganz konkreten Fall wird Arbeiten gehen von Norbert Adner, der seines Zeichens bildender Künstler ist, aus Linz stammend, international tätig ist und dessen momentane künstlerische Lebensaufgabe, und Norbert, wenn du das hörst und ich habe mich falsch ausgedruckt, entschuldige bitte, es ist Ateliers von Künstlern ohne die Künstler selbst zu porträtieren und das mit sehr hochauflösender Fototechnologie. Hier diese Wand, die wir hier sehen, sind im Grunde genommen schon die bühnen Hintergründe für die diversen Arbeiten. Hier wird Michael Burton sein Auskommen haben und seine Arbeit präsentieren. Dort oben auf dieser vermeintlichen Bar, die wird verkleidet dann in weißes, steriles, artificielles Plastik. Metapher dafür, dass man da überall die neuen für die Quantenphysik oder Physik generell relevanten Formeln draufschreibt und hier Berechnungen veranstaltet. Das wird die Bühne für Studenten von Professor Zeilinger sein, die ihres Zeichen und Versuche herzeigen, die einem der Thematik einfach leichter und spielerischer näher bringen können. Das sind schon die Bilder des besagten Norbert Adners, die sich hier von der Hänghöhe vom Format selbst einfach extrem schön in diese Geometrie, in die Kupatur dieses Hauses, in die architektonische Kupatur dieses Hauses anpassen. Es ist eigentlich insofern eine relativ logische Art und Weise, wie man sich diesem Raum nähert, weil einfach die geometrischen Linien derartig klar sind, die Rundung dieses Hauses so viele Möglichkeiten vorgibt, sich anzulehnen oder versuchen abzustoßen. Und die Bilder hier vom Norbert, unabhängig von der künstlerischen Qualität, sind einfach, finde ich, extrem schön reingehängt und passend, sehr harmonisch in dieses architektonische Gefüge rein. So, hier ein bisschen schlecht beleuchtet wird eben der bereits angekündigte Konferenzraum sein, wo am Freitag, von Freitag bis Montag das Thema Origin, das Thema Neue Demokratien und das Thema Medienkunst nicht abgefeiert, sondern durch und durch diskutiert wird und präsentiert wird, wird ein Fassungsvermögen von über 300 Leuten haben, zwei Kameraleute werden hier live sämtliche Diskussionen dokumentieren und präsentieren. Ist eigentlich auch der kleine, der mittlere Saal des Konzertshauses, des Pupfner Hauses und ist normalerweise für Klammerkonzerte oder Klavierkonzerte hier. Die Flächen hier noch, die werden alle dann noch auch in weißes Plastik gehüllt, ganz artifiziell und künstlerisch, von wegen der Bühnenhintergrund, laborhafter, studioartiger Hintergrund. Neutral, in neutralem Weiß gehalten oder in unschuldigem Weiß gehalten. Hier ist das schwarze Loch, wenn wir da reinschauen, hat jetzt nichts mit der Errungenschaft in CERN zu tun, sondern dahinter eröffnen sich die schier unendlichen Weißen des größten und elegantesten Konzertraumes, Saales dieser Stadt. Hätten wir etwas mehr Licht, könnte man hier schon hinten am Bühnenhintergrund das Projektionstuch sehen, das sich mit einer Größe von über 16 Meter hier hinten ausweitet und speziell für die Gala dann die Medienoberfläche sein wird, wo die Zuspieler vom ORF, wo die Preisträger und Preisträgerinnen, die politischen Unterstützer und Unterstützerinnen, die Sponsoren präsentiert werden. Das Ganze findet am Freitag während dem Festival statt und ist die sogenannte Hochglanzveranstaltung der Ars Electronica. Da drinnen passiert aber nicht nur die Hochglanzveranstaltung im Präsentations-Sinne, sondern natürlich auch Hochglanz im Sinne von der Muse, von der musikalischen und visualisierenden Muse. Die große Konzertnacht, die am Sonntag stattfindet, aber auch das Montagskonzert, wo die Preisgewinner und Gewinnerinnen der Digital Music-Kategorie als auch ein Preisträger von der Hybrid-Kategorie präsentiert werden, Konzertant präsentiert werden. Fassungsvermögen an die 1.200, 1.300 Personen, die werden wir bei der Gala ganz sicher haben, die werden wir bei der großen Konzertnacht ganz sicher haben und auch am Montag wird's kuschelig voll werden. Nämlich zur dunklen Macht dieses Festivals, die interne Organisation für alle eingeladenen und involvierten Künstler extra. Dresen hat der Infotest gehabt und hier der Infotest generell, wo Merchandising, Tickets etc. etc. an kulturinteressierte und kulturinteressiertinnen verkauft und übergeben wird. Das Presseoffice, das jetzt noch sozusagen in einem Vorstadion ist, der Ausbau der Fertigstellung wird dann noch weiter nach rechts in den Raum gerückt, ist laut unseres Pressesprechers ein sehr geeigneter Ort, um der Pressegesellschaft, der Pressefamilie da draußen entschleunigten Raum und ruhigen Raum, konzentrierten Raum zur Reflexion der weit über 300 Veranstaltungen, die wir dieses Jahr bei der Ars Electronica vorbereiten zu geben. Ja, Fertigstellungstermin wird in zwei Tagen sein. Auch hier kann man sagen, freuen wir uns schon sehr darauf, dieses sehr logische Pendant im atmosphärischen Sinn zu trüben, dort wo das Ars Electronica Center ist und das Quarter von Create Your World zu eröffnen und zu bespielen. Insgesamt breitet sich die Ars Electronica jetzt nicht nur über diese zwei Locations auch, sondern eben wie gesagt wird im Lento sein, wird auf der Kunstuniversität sein, wird im Don sein, wird im OK mit der Cyberarts Ausstellung sein, wird am Hauptplatz sein und wird im Architekturforum sein und wird sich natürlich dann am besagtem Donnerstagabend in Richtung Hausruck bewegen. Aber mehr dazu später oder vielleicht schon vorher.